Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Testbericht für www.bluetooth-lautsprecher-infos.de Heute werde ich mir den Rockstar Go von Teufel anschauen und zwar haben einige von euch unter manchen meiner Videos schon gepostet, ja der Rockstar Go wäre noch interessant oder wann kommt der Rockstar Go. Da das ein interessantes Modell ist, werde ich mir das heute anschauen. Das hier ist die Verpackung. Auf der Verpackung selbst haben wir jetzt aber hier keine weiteren Infos, außer hier hinten die Information, dass der aptX fähig ist und von Teufel eben ist und außerdem ist ein Bluetooth-Lautsprecher. Klar, das war ja klar. Okay, da es sonst keine weiteren Infos mehr gibt, beginne ich jetzt hier auch direkt mit dem Unboxing. Hier oben gibt es zuerst mal die Anleitung, technische Beschreibung und Bedienungsanleitung, wassergeschützte Aktiv-Blut-Lautsprecher mit PC-Soundcard-Funktion für Steuerung von Smartphone-Sprachassistenten. Okay, das ist die Anleitung. Da schaue ich mal kurz rein. Die gibt es auf Deutsch. Der wird alles hier wieder schön groß beschrieben, also auch lesbar, nicht so klein wie manchmal sonst, wo man es dann nicht richtig lesen kann, sondern hier alles groß beschrieben und auf Englisch liegt die Anleitung jetzt auch noch bei. Aber die Anleitung lege ich jetzt mal daneben, dann entfernen wir mal den Deckel hier und dann kommen wir nämlich direkt auch schon zum Lautsprecher. Und im Zubehör, das nehme ich alles einmal hier heraus, dann kann ich nämlich die Kiste hier mal zuklappen. Okay, das hier ist der Lautsprecher. Und zwar, wo ist hier? Der ist hier irgendwo zugeklebt. Ja, da. Hier haben wir den Lautsprecher. Den seht ihr hier. Der ist auch wieder mit einem Textilstoff hier überzogen. Den kennen wir ja schon von vielen Lautsprechern, der ist beliebt. Und wasserfest. Dann gibt es hier in der Mitte noch das Teufel-Logo, beziehungsweise, ich bin mir gerade übel, ist das der passive Radiator? Vermutlich. Auf jeden Fall haben wir hier noch so eine Schutzfolde drauf, die kann man abmachen. Das könnte jetzt so, ja bräuchte ich wahrscheinlich eine Pinzette für, da komme ich jetzt so mit der Hand nicht dran. Deswegen mache ich das wahrscheinlich später. Hier oben gibt es Bedienelemente. Wir haben eine Minustaste, hier leicht angehoben, Play, Pause, Plus. Und das hier ist eine Mikrofontaste, da bin ich mal gespannt, was die so macht. Auf der Seite sehen wir hier noch so ein kleines Teufel-Logo-Schildchen. Und hier gibt es zwei Metall. Das fühlt sich zumindest wie Metall an. Ja, mit... Also es fühlt sich jetzt erst mal wie Metall an. Wenn es kein Metall ist, werde ich das später noch feststellen und korrigieren. Aber hier haben wir eine Trageschlaufe. Und dann gibt es hier eine An- und Austaste, vier LEDs und eine Bluetooth-Taste, der Rockstar Go. Hier steht der Name nochmal drauf. Und in diese Schlaufe, da gibt es nämlich Zubehör, wir haben hier einen Gurt bei liegen. Der sieht folgendermaßen aus. Das hier ist der Gurt. Den können wir da eben benutzen. Das können wir da einhängen. Wir haben ja auch Klettverschluss, seht ihr hier. Quasi. Und dann kann ich das Ganze hier eben irgendwo befestigen. Das hier ist auch Gummi, also es ist leicht quasi flexibel. Und dann können wir das eben da befestigen. Hier gibt es noch so einen Haken. Da muss ich noch schauen, wofür das genau da ist. Vielleicht zum das hier einhaken. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich vermute, dass man das mit dem Gummi befestigen kann. Das muss ich aber noch prüfen. Das weiß ich jetzt momentan noch nicht. An der Seite gibt es aber hier auch noch diese Gummiklappe. Die öffne ich jetzt mal. Und darunter verbergen sich zwei Anschlüsse. Klinke 3,5 Millimeter und Micro-USB zum Laden. Im Ladeanschluss hier ist noch ein QR-Code, sehe ich gerade. Da muss ich mal nachher schauen. Das kann ich von hier ein bisschen schlecht lesen. Klappe wieder zu. Die Klappe muss natürlich immer dicht hier zu sein, damit der wasserfest ist. Ansonsten ist es ja logisch, wenn ihr Anschlüsse habt und da würde Wasser eindringen, dann gibt es, ja, dann gibt es eben Probleme, beziehungsweise meistens gehen die Geräte davon kaputt, weil Wasser ins Gehäuse kommen kann. Okay, das war es jetzt hier vom Lautsprecher. Der sieht sehr schick aus, ist klein und handlich. Und ein Ladekabel gibt es natürlich auch noch. Also geladen wird er über Micro-USB, das habt ihr ja gerade gesehen. Und dieses Micro-USB-Kabel, das liegt hier im Lieferumfang bei. Standard. Das war es jetzt hier erstmal vom Lautsprecher, beziehungsweise, das habe ich noch vergessen, auf der Unterseite haben wir hier so vier Gumminoppen, worauf der steht. Und hier ist ein Gewinde, sehe ich gerade. Das haben wir auch nicht so oft. Das scheint mir ein Standard-Gewinde zu sein, also das kleinere, wo ich zum Beispiel auf dem Stativ habe. Da muss ich mal gucken. Da könnte ich dann hier den Lautsprecher, also auch auf so eine, zum Beispiel auf so eine Super-Klemp, das ist so eine Klemme, da könnte ich jetzt quasi den Lautsprecher dran montieren und könnte den dann irgendwo festklemmen, zum Beispiel am Fahrrad oder so. Also da gibt es natürlich verschiedene Anwendungsfälle. Also ich fahre jetzt nicht mit meinem Fahrrad durch die Gegend, wenn ich so einen Lautsprecher habe, aber das war jetzt nur so eine kleine Idee, die mir gerade so spontan eingefallen ist. So, das war es jetzt hier auf jeden Fall erstmal vom Lieferumfang. Wir haben hier den Lautsprecher, wir haben hier die Anleitung, Englisch und Deutsch und ich werde mir jetzt den Lautsprecher wie immer genau anschauen. Ich werde damit Testaufnahmen machen, ich werde mir das mit dem Gurt nochmal genau anschauen, ich werde mir die Bedienung genau anschauen und dies und mehr gibt es wie immer im Anschluss. Aufladen und Pairing Der Rockster Go hat einen Lithium-Ionen-Akku verbaut und diesen laden wir im ersten Schritt auf, indem wir ihn mit dem USB-Kabel an den Strom anschließen. Es gibt vier blaue LEDs auf der Rückseite, welche den Ladestand anzeigen. Wenn nach circa vier Stunden alle LEDs blau leuchten, dann ist der Akku voll aufgeladen. Der vollgeladene Akku hält für bis zu zwölf Stunden Musikhören. Die Lautstärke und die Art der Musik beeinflusst natürlich wie immer die Laufzeit. Um den Rockster Go mit dem Handy zu verbinden, schalten wir ihn zuerst ein. Dazu wird die Power-Taste gedrückt, bis sie rot leuchtet. Anschließend drücken und halten wir die Bluetooth-Taste, bis diese blau blinkt. Jetzt öffnen wir unser Smartphone, öffnen die Bluetooth-Einstellung und wählen hier den Rockster Go aus. Fertig. Alles ist verbunden. Rock-On. Los geht's. Bedienelemente und Anschlüsse. Die beiden Tasten fürs Anschalten und zum Pairing auf der Rückseite habt ihr ja gerade bereits gesehen. Auf der Oberseite befinden sich vier weitere Tasten für die Steuerung. Der Druckpunkt der Tasten ist gut und die Symbole sind recht selbsterklärend. Zuerst einmal gibt es eine Plus- und eine Minustaste zur Regulierung der Lautstärke. In der Mitte sehen wir die Play-Pause-Taste. Damit kann die Musik pausiert und fortgesetzt werden. Jetzt kommen wir aber noch zu einer Besonderheit, denn wie wir vor- und zurückspringen hatte ich noch nicht erwähnt. Teufel hat hier eine interessante Tastenkombination gewählt, denn um vorzuspringen drücken wir einfach kurz die Plus-Taste und die Play-Pause-Taste gleichzeitig, also beide Tasten zusammen. Fürs Zurückspringen gilt das genauso, nur dass wir hier anstatt Plus eben Minus drücken. Das ist eine schnellere Methode im Gegensatz zur weiter verbreiteten 2-Sekunden-Drücken- und Halten-Mechanik. Ganz rechts sehen wir noch eine Taste mit dem Mikrofonsymbol. Drücken wir diese, so wird der Sprachassistent des Handys geöffnet. Wenn wir alle Bluetooth-Verbindungen löschen möchten, dann können wir die Bluetooth-Taste auf der Rückseite für 10 Sekunden drücken und halten. Drücken wir die Power-Taste kurz, während der Lautsprecher eingeschaltet ist, dann leuchten die LEDs auf und so sehen wir den aktuellen Ladestand. Welchen Ladestand die LEDs anzeigen, werde ich auch im Tester-Titel genauer festhalten. Grob gesagt sind es 25%-Schritte. Die Funktion für Anrufe findet ihr auch hier wieder in einer Tabelle im Tester-Titel. Hinter der Verschlusskappe an der Seite befindet sich neben dem Ladeanschluss noch ein 3,5mm Klinkeranschluss. Wir können also auch externe, nicht Bluetooth-fähige Geräte verwenden, zum Beispiel alte CD-Player oder iPods. Weitere Funktionen PC-Soundkarte Der Rockstar Go hat eine integrierte USB-Soundkarte. Das bedeutet, dass wir ihn an den PC anschließen können und dann Musik vom PC über den Rockstar Go abspielen können. Der Lautsprecher wird dabei als Gerät Rockstar Go erkannt. Dies funktioniert unter aktuellen Windows- und Mac OS X-Versionen. Ich habe es unter Arch Linux getestet und auch dort funktioniert es einwandfrei. Verarbeitung und Design Der Rockstar Go sieht sehr schick aus und das Design sagt mir persönlich sehr zu. Wie viele moderne Modelle, so ist auch er mit einem grobmaschigen Textilstoff überzogen. Die anderen Elemente des Gehäuses bestehen aus solidem Kunststoff, welcher sich leicht samtig anfühlt. Die Verarbeitung wirkt auf mich insgesamt sehr gut. Auf der Unterseite befinden sich dann noch vier kleine Gummifüßchen für die Entkopplung der Standfläche. Vorne in der Mitte befindet sich ein passiver Radiator und links und rechts ist jeweils ein Vollbereichstreiber verbaut. Der Lautsprecher ist IPX7 geschützt und kann somit theoretisch für bis zu 30 Minuten in bis zu 1 Meter tiefes Wasser eingetaucht werden. Den Lautsprecher im Wasser zu versenken ist natürlich wie immer sinnfrei. Wichtig ist hier auf jeden Fall, dass er spritzwassergeschützt ist, wenn wir ihn zum Beispiel am Pool oder irgendwo im Schwimmbad einsetzen möchten. Das Gewicht des Rockstar Go liegt bei etwa 745 Gramm und damit ist er recht leicht. Er ist ca. 20 cm lang, ca. 11 cm hoch und etwa 6 cm dick. Die Gummiglabe lässt sich gut öffnen und verschließen. Was aber auch sehr nützlich ist, ist das 1,25 Zoll M4 Gewinde auf der Unterseite. Es handelt sich dabei um ein Standardgewinde, wie es bei den meisten Kameras auch zu finden ist. Ich habe hier einmal eine sogenannte Superclamp dazu verwendet, um den Lautsprecher an einer Stange zu befestigen. Das eröffnet natürlich generell sehr viele flexible Befestigungsmöglichkeiten. Im Lieferumfang liegt aber auch noch ein flexibles Band bei. Dieses wird dann durch die Befestigungslasche geschoben und dann auf der gegenüberliegenden Seite eingehakt. Danach wird es mit einem Klettverschluss fixiert. Das Band ist flexibel, also wie ein Gummiband bzw. wie so ein Gummizug. Mit dem Band kann der Lautsprecher z.B. leicht an der Hand getragen werden. Eine interessante Lösung, die ich hier zum ersten Mal sehe. Was wir mit dem Band aber auch noch machen können, ist beispielsweise den Lautsprecher an einer Hose zu befestigen. Quasi auf die Art und Weise, wie ein Gürtel befestigt wird. Die Befestigungsmöglichkeiten sind hiermit die umfangreichsten, die ich bisher bei einem mobilen Lautsprecher gesehen habe. Klang Gürtel 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der Rockstar Go ist aptX-fähig und es ist zudem möglich, zwei Rockstar Go-Modelle miteinander zu einem Stereo-Verbund zu verbinden. Dieser Modus nennt sich dann TWS. Es ist auch möglich, zwei Abspielgeräte mit dem Rockstar Go zu verbinden und dann abwechselnd von diesen Geräten Musik abzuspielen. In der Anleitung wird dies als Party-Modus bezeichnet. Die maximale Lautstärke in ca. 1,5 Metern beträgt etwa 83 Dezibel. Bei der maximalen Lautstärke kommt der Bass aber nicht mehr mit. Das ist bei Modellen dieser kompakten Größe aber generell so und auch durch das Volumen bedingt normal. Auf 50-70% Lautstärke fand ich den Klang persönlich am besten. Ab 80% kommt der Bass dann langsam nicht mehr mit und es wird unausgeglichener. Wie gesagt gibt es aber genau dieses Phänomen bei allen Lautsprechern dieser kompakten Bauweise. Für diese Größe ist der Bass sehr kräftig und tief. Ich würde sagen, dass der Bass hier von allen Modellen, die ich bis jetzt in Händen hatte, mit einer der besten ist. Besonders ist mir das bei einem Lied wie beispielsweise Better of Alone aufgefallen, da dieses eine schöne, kräftige Bassline hat. Aber auch ein klassisches Stück wie die Piano-Version von Where's My Mind hört sich sauber, klar und einfach sehr gut an. Das gleiche gilt für Susan Vegas' Lied Gypsy. Die Stimme ist klar und mitten sowie Höhen kommen sauber und klar zur Geltung. Auch bei Metal konnte er bei mir punkten. Waking the Demon klingt für diese kompakte Größe wirklich mächtig. Auch bei einem Rap-Song wie The Next Episode kommt der kräftige und präzise Bass gut zum Tragen. Werfen wir nun einen Blick auf die Frequenzanalyse. Mit minus 25 Dezibel sehen wir, dass der Bass wirklich sehr tiefe Werte erreichen kann. Danach verläuft die Kurve recht solide. Extreme Einbrüche im Verlauf gibt es nicht. Der Bereich der Präsenz und Höhen von etwa 4000 bis 9000 Hertz ist etwas verstärkt. Vermutlich wurde das hier so abgestimmt, sodass der Klang klarer wird. Ab 16.000 Hertz fällt die Kurve dann langsam ab. Wie immer habe ich noch kurz den Warfendale Diamond 10.1 und den Rockstar Go übereinandergelegt. Die Unterschiede sind nur gering und bestehen vor allem im HiFi-Bereich. Das ist aber auch nicht verwunderlich. In der Diamond 10.1 ist ein HiFi-Passiv-Lautsprecher. Generell finde ich den Klang für diese kompakte Bauweise sehr gut bzw. der Bass, den fand ich sogar beeindruckend. Er klingt größer als er ist. Der Preis liegt allerdings auch bei etwa 130 bis 150 Euro. Mikrofontest Der Rockstar Go kann auch zum Telefonieren benutzt werden und wie immer habe ich eine Testaufnahme mit dem Mikrofon angefertigt, welche jetzt folgt. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Teufel Rockstar Go. Der steht jetzt momentan vor mir auf dem Tisch auf Hüfthübe in Armlänge Abstand. Und ich spreche jetzt mal ganz normal. Ich werde mich jetzt mal vor den Lautsprecherknien in einer Armlänge Abstand. Dann werde ich mich langsam darauf zubewegen. Jetzt ist der Abstand ungefähr auf 50 Zentimeter. Jetzt sind es noch 30. Jetzt bin ich eine Handbrei vom Lautsprecher entfernt. Ich spreche jetzt also quasi direkt vorne auf dieses Teufel Logo ein bei diesem passiven Radiator. Und jetzt nähere ich mich mal ganz nah. Also jetzt bin ich quasi mit den Lippen fast im Lautsprecher an diesem Radiator. Jetzt entferne ich mich langsam mal wieder auf eine Armlänge Abstand. Ich stehe jetzt auf und entferne mich mal auf einen Meter. Spreche wieder ganz normal weiter. Der Abstand beträgt jetzt drei Meter. Und ich nähere mich jetzt wieder und spreche ganz normal eine Armlänge Abstand wieder von vorne auf den Lautsprecher. Ich nehme jetzt mal die Hand. Ich drehe ihn mal, spreche jetzt mal von hinten auf den Lautsprecher ein, also von der Rückseite. Drehe ihn jetzt wieder mit dem Logo auf mein Gesicht. Halte ihn in einer Armlänge Abstand direkt vor mein Gesicht. Spreche ganz normal weiter. Und ihr habt jetzt eben gehört, wie sich der Lautsprecher hier so anhört. Und könnt euch aufgrund dieser Testaufnahmen euer eigenes Bild von der Mikrofonqualität machen. Mein Fazit. Der Rockstar Go ist ein schicker, sehr gut verarbeiteter, leichter und sehr kompakter mobiler Bluetooth-Lautsprecher. Zum Zeitpunkt des Tests liegt der Preis je nachdem zwischen 130 Euro und 150 Euro. Damit ist er preislich auf jeden Fall auf hohem Niveau für diese Größe. Allerdings hat er für die Größe auch einen sehr guten Klang und einen sehr kräftigen Bass. Klanglich ist der Rockstar Go für mich persönlich einer der besten Lautsprecher in dieser Größenkategorie. Die Befestigungsmöglichkeiten sind sehr umfangreich und er ist auch wasserdicht. In der Preisklasse gibt es aber natürlich auch schon einige größere Modelle. In der Videobeschreibung findet ihr alle meine Testberichte mit Klang und Datenvergleich. Wer einen sehr leichten, kompakten Lautsprecher mit sehr gutem Klang sucht, verdient der Rockstar Go genau das Richtige. Das war ein weiterer Testbericht von mir und ich hoffe er hilft dir weiter. Den Link zum Rockstar Go und zum Testartikel findest du unter diesem Video. Das war's von mir, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir, ich bin raus.